Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Es gibt nämlich hier neue Spielmodis, es gibt wohl neue Karten, neue Skins gibt es und noch paar einige kleine Sachen. Mal gucken, was es da alles so Neues gibt. Dann schauen wir mal rein. Neue Spielmodi stehen hier, neue Regeln, neue Karten. So, dann bin ich mal gespannt. Auf los geht's los. Zack. Der Aufstand. Dann werden wir das mal gleich machen hier. Belohnung gibt es. Gut. Dann. Wir machen natürlich normal. Keine Spielsachen. Mal gucken, ob wir hier gleich reinkommen. Ob wir hier gleich loslegen können. Oh, er hat was gefunden. Ei, 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 ei. Sieht nach England aus. 20 Jahre, nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Eine neue Heimat für die Omnics in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnics sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnic-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf Kingsrow und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben. Tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnics sein. Wenn wir sie nicht aufhalten. Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission und zugleich der einzige Weg, mein Zuhause zu retten. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Oha. Hier spricht Morrison. So, was nehmen wir denn? Oder wem nehmen wir? Wir nehmen sie natürlich. Auswählen. Okay. Kampfbereit. Oh. Ist ja nie los. Ganz mal was anderes. Das geht ja ab. Der erste Flugabwehrzugangspunkt ist gleich um die Ecke. Und rein hart. Stürmen sie nicht viele alleine los. Denk ich nicht den Traumdrageten. Äh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinten gucken. Ich hab große Pläne mit dir. Nach oben, ob da einer ist. Hekt gestartet. Bleib in der Nähe des Terminals, bis es geheckt ist. An alle. Nause-Sektor-Einheiten nähern sich ihrer Position. Ja, wo denn? Das geht los. Denk du los. Oh da. Da, 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 da. Ejai, oi, oi, oi. Oh. Zack, 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 zack. Hau ihm um. Was sind denn das für ne? Wo denn? Was, hinter mir? Wo? Da! Oh, kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Verdammt! Da kommen die alle her? Wir sind hier fertig. Captain Amari, wo befindet sich der nächste Zugangspunkt? Auf dem Vorplatz, direkt vor Ihnen. Ich markiere es auf Ihrem Display. Einer hin, zwei im Sinn. Oh Gott. Ich hoffe, ich schieße auf die Richtlinien. Wir erfassen eine unbekannte Energiesignatur vor Ihnen. Oh! Oh! Oh, 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 ja. Ich bin schon rot umrandet. Der Heck läuft. Die Beschütze sollen jeden Moment offline sein. Da bewegen sich eine Menge Omnix-Signaturen. Oh, 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 oh. Die Schütze, weil die beiden Schütze jetzt anrufen. Oh, verdammt. Tracer hat es erwischt. Versorgen Sie sie. Ja, wie denn? Was muss ich machen? Oh. Oh, danke schön. Aber was hätte ich machen müssen? Verdammt. Ihre momentane Position bietet kaum Denkung. Ja, das... Von allen Seiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, da unten. Oh, verdammt. Ah, schon wieder. Ja, wie muss ich das denn machen? Oh, das ist ja toll. Dankeschön. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schon wieder. Versorgen Sie sie. Kein... Keine Ahnung näher. Keine Ahnung näher. Oh nein, oh nein. Bin gleich weg. Ah. Ach, oh je. Niederlage. Hm. Eyelids. Auha. Gott, du Gott, du Gott, du Gott. So, was machen wir denn jetzt? Wir verlassen das Match nachher. Ja, wir verlassen das. Das reicht erstmal für Eimer hier wieder. Und vielleicht gibt es demnächst auch nochmal wieder eine neue Runde Overwatch. Mal gucken, wie das bei euch an so ankommt. Und wir gehen mal jetzt hier zum Hauptmenü zurück. Und öffnen noch die Lootbox. Wo ist er? Wo ist er? Ui. Dann werden wir sie mal öffnen. Zack. Uiuiui. Was ist denn da alles drin? Oh, Geld ist ja drinnen. Ähm. Ja. Aha. Okay. Haben wir einen gesackt? Ja. Was haben wir hier noch? Nee. Den nicht. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, nee, man hat das. Logo. Ja. Zum Ausrüsten. Aha. Okay. Gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Extra ausfüllen zur Vorschau. Gut. Nee. Eine weitere Lootbox haben wir nicht. Joa, Leute. Wenn das euch gefallen hat, könnt ihr das ganz gerne mal wieder in die Kommentare schreiben. Ob ich doch öfters nochmal wieder ein bisschen Overwatch zeigen soll. Spielen soll. Würde mich dann darüber freuen. Um eine kleine Antwort von euch. Ne? Jo. Das war das dann erstmal. Von Overwatch. Vielen Dank erstmal wieder fürs Reinschauen. Dann sage ich bin, bis demnächst. Euer Kuno. Tschüss. Aus auf ger Bund eigentlich. Wir machen das fast. Yes. Mein Dank.